hallo youtube willkommen zurück zur weiteren aufnahme session aufnahme session nummer 3 wir befinden uns jetzt auf einem neuen planeten ein bisschen habe ich was im inventar mal schauen mal schauen eine neue waffe hier wollte ich mal kurz was ausprobieren weil es irgendwie immer noch nicht so jans geschickt habe aber vielleicht mache ich das offscreen wir gehen jetzt einfach direkt runter so wir haben was heißt direkt ja wir gehen direkt runter und schauen uns den neuen planeten an woop to planet oha wie immer zuerst den ersten baum fällen ist es ein eisenbaum zieht fast so aus aber eine sache fällt mir gerade auf muss ich jetzt sofort tun weil es passt ja alles nicht mehr und zwar das das ist vorbei und von daher bleiben wir so eine mütze hatte ich nicht alles wieder beim alten diese zeit ist vorbei ist es war stirbt du sau na na grandios grandios wieder gemacht oha hier ist alles feindlich gesinnt uiuiuiuiuiuiui macht aber gerade keine laune so bis hierhin ist noch nichts gekommen das war nur noch den berg darauf wenn da nichts kommt wie ich wieder um okay wir drehen um ich suche einfach noch ein kleines dorf wenn da nichts ist das blöd was sie mir denn da ich nehme es einfach mit wir nehmen mit was wir gehen können bei unsere kupfer axt schon so langsam aber sicher kaputt geht dann musste ich wahrscheinlich noch ach ich hab schon wieder den fehler gemacht och gott liebe leute boah der ingame sound ist ja noch über die über das mikrofon zu hören warum sagt mir das denn keiner ach gott wenn man mal über bestimmte festtage anfängt ups 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 nein das war kein bier keine sorge keine sorge so jetzt kommt es doch besser rüber oh hier ist säure regen ich bin auf einem sehr verbrannten planeten anscheinend das ist schlicht 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 ja was soll ich da machen säure regen kann ich nichts dafür deswegen sieht er auch so grün aus der ganze planet okay gut 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 na so so was passiert wenn ich jetzt sag warb home tatsache das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerade erwartet obwohl eigentlich war es ja klar so da oder nee das ist das zum essen hier ist einer so aber wo ist der da bestimmt mehr ja zack 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 haben wir sonst noch irgendwas hm 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 so ich muss mal kurz was gucken das ist nicht gut ich muss hier gerade mal so ok das ist klar aha hm 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 Okay. Das war... Okay, was gab es das? Nein. Ups. Ups, ups, ups. Ja, nee, das hat ja gepasst. Da wollte ich ja hin. Ich wollte jetzt zum Heimatplaneten. Aber gut zu wissen, dass ich jetzt zum Heimatplaneten so einfach komme. Ah, shit. Ich gehe lieber mal. Nach unten. Das bringt ja alles nichts. Welcher Guy. Okay. Boah, Mann, ey. Das gibt es doch nicht. Was? Ich bin da nicht mehr. Ich kann gar nicht sterben. Wieso sterbe ich direkt? Na, danke. Na, ganz großes Kino. Also, das ist scheiße. Du bist schon quasi am Verrecken, ja, obwohl der Ladescreen dich noch nicht hingelassen hat. Ne, Leute, ne, uncool. Das ist bug. Fixen. Das kann zu Komplikationen führen. Na, komm. Ja, ich sehe jetzt auch gerade, dass ich mich jetzt nicht mehr beamen kann. Wie oft kann man das machen? Ist das zeitlich begrenzt? Steht wahrscheinlich irgendwo, wenn ich es mir anlesen, wenn ich es lesen würde. Wenn ich da nicht die Probleme habe, dann kriegen wir schon alles hin. Kriegen wir alles raus. So, den noch abkommt. Boah. Da mit I, was haben wir denn? Ne, da wollen wir C. Für Crafting. Ich brauche aber keine Toys mehr. Und, zack. Zack, zack. Ah, da. Sehr gut. So. Dann geht's mal. Na? Hm. Dass es langsam draußen regnet, möchte ich nicht raus. Dopp, 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 dopp. Wahnsinn, boah, nee, 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 nee. So, so. So. Ich will jetzt erstmal wieder die einfache Axt benutzen, wenn mir doch die etwas bessere dann zu schade ist. Ich hoffe, ihr versteht das. Was ich schon sagen möchte, ich habe jemanden gefunden fürs Let's Play Together. Ich werde ihn aber noch nicht namentlich nennen, weil ich nicht weiß, wie er sich überhaupt nennen möchte. Aber es freut mich natürlich sehr, da werden wir demnächst loslegen, da er noch unterwegs ist und ich noch ein paar Sachen rausfinden muss über das Spiel. Und wie wir letztendlich ein Let's Play Together machen, da werden wir uns belesen. Ja, und dann wird es dann demnächst kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Dann wird auch ein bisschen mehr erzählt, beziehungsweise mal schauen, was wir denn da alles so machen. Man kann sich ja die ganze Zeit auch nur verarschen oder so. Mal gucken. Irgendwas wird sich schon ergeben. Er hat Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Dann sehen wir mal, was da passiert. Ich gucke, können wir einfach in das wieder das Monster von Monty Python aus der Höhle, wo der Hase ist oder das widerliche, das ist unglaublich guter Film, aber ich habe schon mal davon erzählt. Und so, wenn der mich sieht, hat er bestimmt keinen Bock mehr auf mich und deswegen, kommt. Ups. Stirb, du Hund. Oder du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Jui. Jui. So. Oh, was haben wir denn da? Oh, wie nett. Oh, das ist doch was. Oh, und ein Apple Pie. Das ist auch sehr geil. Okay. Oh, was sind wir denn da? Na komm. Rohstoffe nehmen wir mit, was noch geht. Nein, 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 nein. So, so, super, 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 super. Ja, äh, ach, guck doch mal da. Ist ja doch mehr. Ja, das wird. Gold können wir immer gebrauchen. Ein Shield. Kann ich das irgendwie... Hm. Man weiß es nicht. Ah, okay. Habe ich mich vorhin verwirrt. Was war das? So. Hm. Na komm. Vier. Na super. Ist aber auch noch nicht mehr. Hm. Ach so, jetzt kann ich wie überhaupt... Na, ich war vorhin unter der Erde und deswegen, ich verstehe, ich verstehe. Kapiert. Gut, aber man, hier gibt es auch keine Zivilisation, keine richtige. Schau dir. Kommt. Ah, komm. Hui. Was ist da? Hm. So, hier gibt es zumindest mal ein paar Ressourcen, relativ nah an der Oberfläche. Was immerhin schon mal ganz nett ist. Na komm. Mach's doch einmal. Doi, doi. Alle müssen sterben. Alle. Na, komm. Jetzt noch mal kurz da rauf. Na gut. Ich habe da irgendein Sehngeräusch gehört. Ich glaube, ich bilde es mir ein. Okay, okay. Kram ist schön, Kram ist schön. Schade, ich hätte gerne mal jetzt irgendwie gewünscht. Ich hätte ein wenig Glück und sehe eine ganz nette Zivilisation. Aber dem sieht wohl nicht danach aus. Dann ist das jetzt mein Planet. Oh, bin ich schon einmal rumgelaufen. Weil sonst gehen wir wieder zurück. Schade, schade, schade. Hey. Na komm, na komm. Warum ist der aus Holz, wenn er doch aussieht, als wäre aus Eisen? Nee, hier war man noch nicht. So, dann wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wo ist denn das? Tombrick, ja schön, aber... So, dann setzen wir einfach eine fremde Pflanze hin. Das kann doch nur gut werden. Aber... Yes. So. So, dann wissen wir mal, die Leute schauen mal Bescheid. Der aber nicht. Hey, das ist jetzt mein Planet. Und du musst sterben dafür. So. Ich ertrinke, liebe. So. Dann... Bereiten wir uns lieber mal vor. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ach ja, ich will doch nur mal eine Zivilisation finden oder irgendwas Besonderes. Schade. Und jetzt hätte ich, naja, klappt alles schon irgendwie, wir gucken uns und suchen uns da durch. Ich grabe mich jetzt einfach mal gnadenlos nach unten und schau mal was so passiert. Dort ist es wenigstens nicht zu kalt, an der Oberfläche wird es ja jetzt kalt. Hm, ich suche. Und sonst, was habt ihr heute so gegessen? Ich ehrlich gesagt noch nicht viel, was ganz verwunderlich ist. Aber ich habe noch keinen Hunger, guck mal da an. So. Du magst uns ja. So, so, so. Oha. Das hat ja super geklappt, also das war auch richtig abgesprochen, das Ganze. Und deswegen kotzt es mich auch nicht an, das von mir verrückt. So, wer weiß jetzt, wir gehen wieder in die Richtung. Hat aber gerade gut gelatzt, ja. Holy Spirit geht es in da noch. Sterbe, sterbe müsst ihr. Ihr Emos, los. Der andere ist noch da. Ach, alles. Alles doch kein Problem für uns. Ach ja. Was ist da denn los? Hallo, hallo. Kann doch nicht sein. Obwohl, vielleicht ist es auch so, dass wir die Einzigen sind im ganzen Universum. Dann wäre es zwar eine ziemliche Platzverschwendung. Aber am Ende. Dann kannst du nichts machen. Das ist ja alles nur ein riesiger kosmischer Zufall mit uns. Ach, leck doch die Hände. Verdammt. Der Planet ist doof. Ich will Kohle und will wieder weg. Mann. Auf Kohle habe ich einen neuen. Super. Das langt ja. Das ist ja richtig viel. Da. Schade. Was ist denn das? Ach, es ist noch ein anderer Sampling. Ach, jetzt habe ich es kapiert. Da haben wir auch noch einen. Okay, okay. Hmm. 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 Hilft ja alles nichts. Jetzt sind wir da. Gut, wir gehen hier direkt runter. Wow. Der Noob, der Noob, der nichts hinkriegt, ey, es ist doch gerade jämmerlich. Mann, 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 was ist das, die Sieben? Also, Kohlejagd weg vom Planeten zum nächsten, das ist die Mission, ob ich das diese Folge noch hinbekomme, ich glaube nicht. Na gut, ich sehe auch gerade, wie spät es ist, ja, da bin ich hier momentan ein bisschen rumgefehlt, das tut mir leid, ja, aber ich werde jetzt eine Pause machen und werde dann gleich weiterspielen und noch ein bisschen weiter graben und wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, tschüss. Naja, in dieser Folge ist ja jetzt leider nicht viel passiert, wir sind vor dem sauren Regen geflüchtet, obwohl wir uns in der Revitalkammer befunden haben oder befanden und Zivilisationen sieht es auf diesem Planeten auch recht mau aus und der einzige Weg blieb uns, sich in die Erde zu graben und weiter nach Ressourcen zu suchen, denn wir brauchen Kohle, um wieder davon wegzukommen. Aber ich bleib dran, es wird schön weitergehen. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!